Die Saison hat das bewiesen, ist ja durchaus bereit, in der Lage, auch sehr gut, von der Vorhandseite mit aus, ja, lang jetzt, beiden Aufschläge lang, jetzt natürlich ein Traumball von Aruna, schnelle Punkte in dem Match, auch kaum Konsentrationspausen, ja, das ist wieder die Schlagdistanz von Aruna, ist ein Tick zu lang. Jetzt wieder, man hat ja zuletzt zwei Niederlagen kassiert, zuhause gegen Grün Röttersbach, haben wir hier auch kommen, läuft auch wieder in einem 3er Rückstand hinterher, aber Kieler in Ordnung macht das hier richtig klasse, wieder rückernd. Ja, wieder ausgeguckt, sie sehen, das wird, ja, das ist natürlich wieder ein Traum. Das er das kann. Und das Timer ist im Rückschlag sehr stark. Schafft es auch wieder am ersten Ballwechsel, der kommt sogar noch. Aber wieder hat er das gestaltet, dass er es einfach nicht schafft, kurz zu werden. Und dann beim... Oh, super, jetzt natürlich... Ah, Überschnittaufschlag. Dort nicht nehmen. Ah, super Rückschlag, auch wieder. Aber... Ja, verdient hier, dieser Sieg von Kieler in Ord. 3-0, überraschend. Überraschend deutlich, aber auch überraschend mit taktischer Raffinesse hier gesch... ... 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